Und damit hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Baldur Skate. Wir haben beim letzten Mal diese maskierten Leute da mit ihren Masken umgebracht, muss ich offen sagen, weil was anderes haben wir nicht getan. Was muss ich tun? Kann sie Wunden heilen wirken? Sie hat keine Slots, oder? Naja, äh. So. Mal gucken, dem fehlen sieben, ihr fehlen zehn, da könnt ihr nochmal eins nehmen. So. Ähm. Ja. Äh, und jetzt geht's darum, die Vettel, äh, äh, Ah ne, das sind alle anderen Aufgaben, die ich hab. Äh, hier, jetzt geht's noch darum, die Vettel zu besiegen. Aber erstmal zu finden. Wo kommen wir her? Hier müssen wir, glaub ich, hin. Ähm. Frag mich auch, warum der Bildschirm die ganze Zeit rot ist. Hier kommen wir, glaub ich, her. Ah ja, da ist die, die knorrige Tür. Ähm. Kann ich hier überspringen? Ja. Okay, es wird gespeichert. Wir sind mitten im Sprung. Ich weiß ja nicht. Also das hier sieht sowieso aus, als wäre es nicht gut, wenn wir da wären. Und wenn ich's richtig sehe, sind hier Kerzen. Okay. Äh, ist hier gerade was hochgegangen. Die Blumen. Okay. Nur mal, nur mal so als Test. Hm. Nein. Äh, äh, welche, welche Falle? Falle? Ah. Das hier ist wohl ne Falle. Weil dieses komische Gas, was hier ist, nicht schon genug ist. Hä? Okay. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, dass man das so machen kann, aber, äh... Ich, äh... Vielleicht hab ich hier auch ne Möglichkeit gefunden, dieses Gas zu eliminieren. So. Oh, das Gas ist gleich wieder da? Okay. Ready und willig. So, dann kommen wir mit dem Schwächsten hier. Der ist jetzt auch nass. Sie sind alle nass, wenn sie da durchspringen. Wahrscheinlich kann, kann, können, kann man so Gift abwaschen oder sowas. Ich frage mich nur gerade... Wie wir da durchkommen sollen. Ich meine, diese... Diese komischen Wolken. Äh, okay. So. Wir warten mal, dass es ein bisschen abkühlt, sonst... Äh, haben wir nämlich dasselbe Problem. Ah. Okay, weil hier kann ich irgendwie was entschärfen. Äh, Schwierigkeitsgrad 30. Äh, abbrechen. Äh, nee, das, ähm... Nicht die Dinger hier irgendwie, äh, aktivieren. Kann ich das da auch machen? Das sieht man... Oh, komm, das Gas nicht mehr wieder? Haben wir das Gas jetzt endlich besiegt? Äh, halt. Ja. 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 okay ich habe ja nicht gewusst dass das dass das so ja ich hatte ja keine ahnung dass ihr so einfach von diesen hier dass die so einfach davon getroffen werden können na eigentlich auch das hier konsumieren nee er kann nur magische gegenstände konsumieren muss man mal gucken was wir haben was wir ihm geben können weil die pfeile gehen meines wissens nach nicht hier in der not kann er das hier nehmen aber das hier ist doch hundertprozentig auch eine so entschärft man fallen feuerschwadron ihr seid dran ja das feuerschwadron die brennt alles ab außer der rauch sehr seltsam edliche dämpfe warum funktioniert das nicht ok der nächste bitte wieso kann niemand diese falle wahrnehmen ok oh shit hä ah ich glaube ich habe verstanden dass diese dass wir einfach nur irgendwas drauf legen müssen auf diese auf diesen boppel wenn wir den gefunden hätten äh nein ich wollte nicht mit ihm reden ja gut das habe ich schon gemerkt dann geil kannst du ein bisschen magie wirken und äh was ist das knorrige purz das ist die knorrige ach so das ist das was ähm als du sollst weiter das keiner hier was entdeckt weiß halt nicht wie ich jetzt hier weitermachen soll da ist ja da ist doch auch noch eine pflanze oder moment wir haben ja ein inventar ähm jetzt komm äh äh fallen lassen ist es da hä da kann ich den gegenstand nicht bewegen okay das ist sehr seltsam wo ist der gegenstand jetzt da okay irgendeine falle habe ich entdeckt ha 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 meine freunde man muss nur diese diese falle entdecken dann äh funktioniert jetzt sollten die anderen hier runter kommen gail gut gemacht gail äh ich hasse das dass wenn man die anklickt man mit denen spricht und nicht die auswählen kann das ist äh ähm sehr nervig äh so dass man auf die seite wollte ich habe mich doch nicht so ich habe mich doch nicht so hier um können wir jetzt schon runter das sieht gut aus was haben wir hier jetzt schon ein bisschen noch nix aber wir sind kurz davor ich glaube hier könne jetzt hier hinlaufen jetzt hat es glaube ich hier die vettel geladen oder gehen wir erstmal alle hier runter jetzt ist vielleicht für dich der punkt sagen wir zünden das an hier eigentlich irgendwelche kisten irgendwas spezielles einfach nicht okay die stand fackel hat jetzt hier nichts gemacht wissen doch jetzt hier schon was erkennen ah da ist die die frau ist hier drin da genau darauf habe ich gewartet wir können nämlich hier jetzt ja auch wieder ein teller okay der teller ist wahrscheinlich zu leicht dann holen wir eine schale dann zieh dich zurück weil jetzt gibt es gleich wieder feuer das liegt doch auf der falle das ist so eine doppel falle dass da zwei sind aber ne es kommt kein gas mehr so und scheint hier alles in ordnung zu sein ja es gibt endlose möglichkeiten hier durch zu kommen man hätte sich auch wenn alle genug stärke hätten glaube ich äh ein großteil die sachen einfach durch springen können also ohne dass irgendeiner von denen äh gefahr läuft irgendwo rein zu laufen ja und ich würde sagen wir werden uns beim nächsten mal mit der hack beschäftigen ich möchte nämlich jetzt nicht einfach rein springen also zumindest jetzt nicht mehr weil wir nicht mehr so viel zeit haben und ich denke wir werden dann beim nächsten mal sehen was ähm was wir gegen diese hack tun ich freue mich dass ihr dabei wart und äh hoffe wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bis dahin auf wiedersehen